Sicher, Andi Reinke. Und das macht er wie ein alter Marco Reich. Und super, kein Abseits. Andi Buch, in der Mitte, Christoph, Roos und Christoph und das Tor. Und das ist, denke ich, die Entscheidung im Fritzwalter Stadion. So, er hat sich genial gemacht von Marco Reich hinten raus, Ball gut abgedeckt und absolut klassischer Konter. Klassisch aufgekontert, der deutsche Rekordmeister und der Bulgare, Marian Christoph, versetzt in Bayern, so denke ich, hier den Todessturz. Super gemacht vom frisch eingewechselten Marco Reich. Der Superschnelle, Andi Buch, geschaut und dann im Duell Christoph gegen Hamaras, glaube ich, bleibt der Bulgare Sieger wie schon gegen den HSV. Ein eminent wichtiger Treffer, das 2 zu 0 für die Felser. Unsere extra Kameras auf die Fans. Und das sieht man richtig in die Gesichter. Diese Spannung eingemeißelt und dann die Erlösung nach diesem 2 zu 0. Und er ist der große Triumpfator, Otto Rehagel. Er wird in dieser Saison, egal wie sie denn enden wird, egal wie der deutsche Meister heißen wird,